Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Rexboon, der Levelreihe von Rex und Moonboon. Hallo Ben. Hallo. Wir sind angekommen im Arboretum, im Jaderwald. Arboretum. Gucken wir mal, ob wir hier genauso schnell questen können. Was? Was? Oh, ich habe einen Rabob auf dem Radar-Mob. Ganz im Süden von uns. Er heißt Ferdinand. Ferdinand. Ich will den Ferdinand töten. Ja, ich bringe noch ein paar Quest-Mobs mit unterwegs, okay? Auf jeden Fall machen wir aber erst Plus den ganzen. Ja, das ist ja kein Kriegshetzer. Der ist gelb. Blick. Weil wir sind ja auch in... Alter, hat der mit angecharged. Okay, er macht ein bisschen Damage. Na ja, gut rein, ne? Na ja, wenn man mal ein bisschen zu zählt. Was ist das? Ferdinand. Oh, Wespenstachel, eins von sechs, sehr geil. Aber Transmokosen gekriegt. Geil. Hockers. Kann man auch die kleinen Wespen hier... Ne, kann man nicht, ne? Was hast du gerade hier gemacht? Wir sind die anderen Quest-Items gelootet. Wo? Auf dem Boden. Ach, nee, 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 nee. Ah, da, ja. Okay, I see. Okay. Mann! Scheiß, Bieten. Nein, aus! Nein! Nein! Ben! Du Fickermann! Scheiß, Fickermann! Ich sehe endlich mal eins. Und dann kommen da und loodet es mir weg. Eins, 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 eins. Bam, 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 bam. Ich freue mich, wenn wir die durch sind, Muni, ja. Durch den Hadewald? Oder insgesamt? Insgesamt. Oh, Mann. Ist doch schön. Ja, die Zeit mit dir ist schee, aber Questen ist irgendwann weg. Ja, wir sind ja jetzt aber auch bald durch. Was machen wir denn sonst jetzt immer die ganzen, jeden Tag, Muni? Ja. Eine halbe Stunde. Was mache ich denn jetzt so, ne? Wir werden so viel Zeit haben in unserem Leben jetzt für neue Sachen. Boah, eine halbe Stunde mehr Zeit zum Fappen. Wenn er eine halbe Stunde zum Fappen braucht, hat er die Kontrolle über sein Leben verloren. Leid. Leid, Starter. Hier irgendwo ist alle eingesammelt. Nice. Strong, oder? Ja. Dann kannst du mir jetzt die Viecher vom Leib halten, während ich ja noch nude. Und da ist irgendwo bestimmt auch noch ein Blümlein. Da. Fertig. Der Ben ist gerade gemutet, Leute. Nicht, dass er euch wundert. Ich glaube, der kriegt gerade sein Paket von Blizzard, auf das er sich so freut. Da merkt man mal wieder, wie ungewohnt es wäre, eine Levelreihe allein zu machen, ey. Auf Wiedersehen. Ja. Ich finde auch, ich würde ja entlohnt werden, dafür, was ich immer... Hast du dein Paket bekommen? Nee. Achso. Nur Teflon. Teflon hat er gekriegt. Voll geil, ey. Ja. Aber so einfach nur als Verschichtung. Nicht irgendwie... Was nicht? So viel über den Kopf ziehen. Teflon über den Kopf ziehen? Ja. Okay. Whatever das bedeutet. Als Helmet. Oh. Da gibt es viel Loot. Das ist voll schön hier. Hier war ich noch nie, glaube ich. Hier mal nur ein Item. Ein einziges. Das ging schnell. Wollen wir uns aufteilen? Nee, glaube ich wäre besser, wenn wir es nicht machen. Okay. Ich truste nicht mehr in sowas, Moni. Ja, ist okay. Wir wurden zu sehr zu oft enttäuscht. Oh. Hoppla! Ich habe vielleicht ein Vogel gepullt. Oh nein, wir werden wipen. Nein, Moni. Das war kein Vogel. Nicht mal andersweise ein Vogel. Hühner ist ein Auffögel, okay. Du bist auch ein Vogel. Du? Kick. Oh, geht nicht. Ganz nicht kicken, Moni. Moni, seid schon immer so. Wenn da so ein Balken drum ist und den Kars, kann man das nicht kicken. Ja, das weiß ich, aber ich sehe die nicht, die Balken. Ja, da muss man ein Interviews richtig einstellen. Ja, ja, mit BFA, Alter. Alter. Ey, ich habe neulich... Warst du doch da im RP-Stream? Ja. Wo wir, ne? Und da habe ich ja alle Addons ausgeschalten. Leider. Leider war ich dabei, ja. Das war's... Oh, Chapter. Chapter. Und das war so schön, einfach ohne alle Addons zu spielen. Das war so schön. Predige ich ja nicht seit ungefähr fünf Jahren auf Twitch. Ja. Dass ohne Addons alles besser ist. Mit BFA mache ich einen riesen Livestream. Übrigens, an alle Zuschauer. Riesen Livestream mit BFA, wo ich... Ne, sogar schon mit dem Pre-Patch hat man da schon ne Quest. Huhu. Huhu. Hm. Das mal unten fennig machen. Aber jetzt wird was Neues anfangen. Oder? Da ist auch, sprecht mit Dingsbums. Ja, ich bin es auch schon am Weg nach unten. Und hier ist es schöner. Hier ist es schöner als die Quest. Trust me. Du hast diese Quest bereits. Rix hat abgelehnt. Okay. Alles klar. Ich habe gar nichts abgelehnt. Rix hat eure Quest abgelehnt. Nein, mach nochmal. Die Map ist gerade offen wahrscheinlich. Rix ist beschäftigt. Jetzt hat... Das ist nämlich da oben noch. Wo wir gerade waren. So. Aber hier ist es trotzdem schöner. Ja, ja. Ist mir egal. Hier ist eine kleine Panda. Ich bin übrigens zu level ab. Gezählt. Hallo. 84, Alter. Hi-Pass. Müssen wir mit denen reden? Yes. Ich schau jetzt im Gipfel. Oh, shit. War das richtig? Ich fliege. Fliegst du auch? Du hast mehrere Ausländer. Ich bin selber hochgeflogen. Oh. Ich habe echt den Jadewald noch nie durchgequestet. Fällt mir so auf. Wenn ich das hier alles sehe. Ich bin immer mit 82, 83 rüber im Kunlai oder Teil der Vierwinde. Das ist halt das einzige, finde ich, was sich hier richtig anfühlt, wie sich Pandaria anfühlen sollte. Und halt noch Teile der Vierwinde und so. Ich finde Kunlai und Schlongdong-Steps und Red Ways zu allem fühlen sich für mich nicht nach Pandaria an. Was muss ich jetzt schon wieder? Bringt mich zum Tempel oder was? Stern über Bethlehem, zeig mir den Weg. Ben, wo bist du denn? Ich musste nochmal fliegen. Zum Tempel oder hoch? Ja, nach oben. Irgendwie hat der mir angezeigt, ich musste nochmal anklatschen. I don't know why. Wo ich die Quasche fertig hatte. Ja. Mir zeigt er das nämlich auch an. Ich glaube, wir müssen rüber, glaube ich. Guck mal, zum Jadewald. Egal, nochmal schön um die Drachenstatue herumgeflogen. Die Jade-Schlong. Die Jade-Schlong, die Jade-Schlong. Was hängt denn der vom Ohr hier? Kleiner Panda, n' Dicker. Hallo, sagt er. Katzin. Katzin, weiß ich noch. Katzin! Gesundheit. Boah, die zeigen dir die Instanz. Boah, was ist das? Ist das ein Schar? Ich glaube, das ist ein Schar. Ein Schar, ja. Ja, was da rumschart auf dem Boden. Leute, wenn ihr das in der Instanz müsst ihr Quests machen. Wir sind in der Instanz. Ja. Sprech das mal ab. Ruhe. Der Panda ist voll unheimlich, Mann. Panda, 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 Panda. Der sagt, meine Augen verraten, dass ich viel reise. Bin voller Reiser, Alter. Eins von acht. Hypers. Hypers. Da hinten ist noch sowas. Was auch immer das ist, was wir da machen. Fireworks launched. Ah, fireworks launched. See, fliegen. Nice. Das heißt, für dich die halbe Instanz ist laufen müssen. Ich glaube, wir müssen bestimmt die ganze laufen. Aber du kannst, zumindest draußen, konnten wir noch fliegen. See, fliegen. Ah, ja, da unten steht einer. Oh, guck mal, da kann man was lesen. Was schlägt, ne? Ich habe ein Buch gelesen. Ich bin schlau. KLOK. Ja. Kann ich runter springen? Nee. Nope, 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 nope. Leeroy Elefantings. Oh, das muss ich anklicken. Oh. Hat es für dich gezählt? Ja. Gut. Oh, lol, noch mehr Quests. Oh, jetzt müssen wir noch mehr Bücher lesen. Und Morden töten. Und Wurms. I got this Wurms. Dieser Mai, Wurms now. Oh, lol. Squash, 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 squash. Geil. Geräusch macht mich ein bisschen an. Ja, das ist schon sexy. Das ist schon geil. Sind das Bücherwürmer, die da rauskommen? Ah, quash, squash, 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 squash. Wie viele Motten brauchen wir denn noch? Ich habe ja noch... Quash, 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 quash. Ich habe ja noch alles. Ja, ich habe auch einen halben Raum gepult hier. Wie viele Leute heute Morgen in der Gilde hier online sind. Ja, Mittwoch, pre-patch. Hat er Urlaub genommen. Beziehungsweise, da sind alle Studenten-Muni. Ja. Studenten. Bei mir auch so. Ich kenne nicht einen einzigen Arbeitslosen auf meinem Stream. Da sind alle Studenten. Oder haben Spätschicht. Ist ja auch so. Ich habe auch Spätschicht. Let's go! Ich habe ein Upgrade bekommen. Get set! Ich fährt gleich Level 84. Wenn wir noch irgendwas... Ah, da! Feuerwerk! Woop, woop! Boah, hier gibt es ganz viele Feuerwerks, Ben. Ja. Nice! Oh, loo. Ich meine, echt fliegen. Hier gibt es sogar noch viel mehr Feuerwerks, als wir brauchen. Level up! Okay. Ah, ja. Hallo. Ich habe schon das gleiche gedacht, habe. Oh, ist das stupid. Oh, super. Oh, oh, oh. Hier müssen wir bestimmt auch wieder töten, ne? So, wenn wir alles recht töten, will sie. Jetzt hat die, kriegt man auf den Anduin irgendwie eingefleischt? Ja, gerade wir. Hier fang ich doch immer den Krieg an. Da ist er gemutet. Flucht vor sich hin. Ach, mir fehlt immer noch ein Feuerwerk. So, ich glaube, wir haben alles. Hoffe ich. Ja, ich guck mir auf einen Euter. Okay. Dann. Erzähl mir eine Geschichte. Dann. Dann. Hör der Jade-Schlange zu. Let's do this. Katzen! Gesundheit. Dankeschön. Boah, war ich voll, man. Du konntest ja letztes Wochenende, konntest du ja auf Accounts einloggen, die, ähm, rücken. Ich kann ja ne Game Time mehr haben, ne? Na ja. Da wollte ich ja eigentlich mich mal einloggen, einloggen und gucken, ob da irgendwas was auf den Bänken rumliegt und so. Aber hab ich voll vergessen. Ich war ich da gestern drauf. Bin auf dem Long-Schlange gerade. Aber die ist viel länger, viel, 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 viel größere Long-Schlange, als die, die ich habe. Ja. Holy shit, Alter. Das ist die schlongste, der Schlong-Schlange, die ich kenne. Die ist schön. Jetzt fliegt sie uns durch die Gegend. Wow. Oh shit. Oh shit. Ich kann, ich kann kämpfen auf ihr. Ich habe meine Fähigkeiten und so. Ich kann nichts machen. Du kannst das jetzt nicht machen. Boah. Ich werde alt. Meine Zeit auf dieser Welt ist bald vorüber. Boah, ich kriege gerade Gänsehaut, man. Wie geil ist das eigentlich? Seht ihr die große Statue in der Ferne? Ne. Viele Jahre haben die Arbeiter sich... Ich verstehe nicht, wie das Vieh fliegen kann. Mit Magie, Ben. Fuck, physics, Lars? Ja. Warum ist die voll langsam am Schlongeln? Meine. Bin auch so langsam am Schlongeln? Ja. Ich mach so Schlong. Schlong. Seid nicht traurig. Weißt du? Boah, das ist voll traurig, was die da alles erzählt. Eines Tages müsst auch ihr vielleicht... Ich höre Frau nie zu, Moni. What? Ich distanziere mich von dieser Aussage. Und wenn dieser Tag kommt, erinnert euch an all das Licht und die Wunder dieser Welt und kämpft. Schlong dong, Schlong, Schlong, Schlong dong. Und zweites Mal Gänsehaut. Wir leben zusammen oder wir sterben zusammen. Alle Kreaturen Pandarias sind mit... Chapter. Voll schön, ey. Voll schön, wenn ihr erzählt, dass die... Vaginaljungen hat. Ich weiß nicht, was du für eine Cutscene gesehen hast. Meiner war ein bisschen anders. Alter, werde ich abgeworfen und nebendran steht es fucking Yuck. Ich bin ja in Ruhe. Wo ist der Questgeber? Stehst du auf dem Questgeber? Ah, ne. Willkommen. Ah. Chapter. Und es passt ja auch eigentlich gerade voll gut, ne? So rein zeitlich. Okay, guys. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es positiv. Schreibt Kommentare. Schaut mal bei Ben vorbei. Link dann zu ihm in der Videobeschreibung unten. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Mutti. Ich bin der Ben. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, lieb. Ciao, lieb.